Yay! Die RPG Maker sind wieder verfügbar. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und RPG Maker MZ, RPG Maker MV und auch alle anderen RPG Maker sind auf Steam wieder verfügbar. Das ist natürlich sehr gut, aber ihr solltet sie trotzdem aktuell nicht kaufen, weil die Preise sehr hoch sind. Wartet auf den nächsten Sale. Der ist, glaube ich, nächste Woche am 27.11., wenn ich mich recht erinnere. Und da sind die RPG Maker deutlich runtergesetzt. Der RPG Maker MV für unter 10 Euro wahrscheinlich wieder. Und der MZ für, glaube ich, auch circa die Hälfte, 40, 30 Euro rum dürfte der zu haben sein. Also jetzt nicht zu schlagen, schlag dann im Herbst zählt zu. Für alle, die es nicht mitbekommen hatten, ich habe gestern ein Video hochgeladen, dass die RPG Maker aktuell nicht auf Steam verfügbar sind, beziehungsweise waren. Und ich habe auch so schon vorhergesehen, dass sie demnächst wieder zurückkommen werden, was dann einen Tag später auch passiert ist. Also heute. Und auch andere Software ist wieder da. Krita kann auch wieder ganz normal über Steam erworben werden, wenn man das so möchte. Und auch Undertale ist tatsächlich wieder zurück. Aber im Gegensatz zu Krita beispielsweise, welches keine Alterskennzeichnung besitzt, hat Undertale jetzt eine Alterskennzeichnung, die vorher nicht da war. Aber deswegen ist es wieder verfügbar. Tobi Fox hat sich also um die Alterskennzeichnung gekümmert. Aber warum ist Krita wieder verfügbar ohne Alterskennzeichnung? Das liegt daran, dass es einfach kein Game ist. Genau wie die RPG Maker. Sie haben keine Alterskennzeichnung. Sie sind kein Game. Das ist einfach normale Software, mit der man Games macht. Dementsprechend braucht es gar keine Alterskennzeichnung. Das war ein Fehler von Steam. Und der wurde offensichtlich zügig behoben. Freut mich. Und es kann für uns weitergehen. Und auch Tobi Fox hat sich um sein Undertale gekümmert. Und sicherlich viele andere Spieleentwickler haben sich auch bereits schon um ihre Spiele gekümmert. Oder tun dies noch in Zukunft. Kleiner Funfact am Ende noch. Vegas Pro hat tatsächlich eine Alterskennzeichnung, obwohl es ein Videoschnittprogramm ist. Ja, erstaunlich, erstaunlich. Aber der Witz an der Sache ist, dadurch war es nicht gesperrt. Während der RPG Maker gesperrt war. Gestern konnte man ganz normal noch Vegas Pro kaufen. Krita hingegen nicht. Okay, kleiner Funfact nochmal. Also es gibt auch Software mit Alterskennzeichnung, auch wenn es keinen Sinn hat. Weil ohne Altersbeschränkung ab Null quasi. Gut, tschüssi, danke fürs Zuhören. Und seid fleißig mit euren RPG Makern. Ich habe ja mehr als genug Tutorials. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall satt sehen. Und da kommt auch auf jeden Fall noch was. Tschüssi. Tschüssi. Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal.